Mein Name ist Monika Hohlmeier. Ich bin seit 2009 im Europäischen Parlament und ich gehöre der EVP-Fraktion an. Seit 2009 bin ich schon im Haushaltskontrollausschuss und seit dieser Legislaturperiode bin ich Vorsitzende dieses Ausschusses. Wir achten darauf, dass das Geld richtig ausgegeben wird, dass es keinen Missbrauch gibt, keinen Betrug gibt, dass keiner sich begünstigen kann. Das ist eine wichtige Aufgabe, denn die Bürgerinnen und Bürger sollen Vertrauen in uns haben und darin, wie wir das Geld ausgeben. Und auf der anderen Seite gehöre ich dem Haushaltsausschuss an. Das bedeutet, ich gestalte auch die Programme mit oder die Art und Weise, wie Programme mit Finanzen ausgestattet werden. Mir macht meine Arbeit sehr viel Freude. Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß dabei, einfach mal reinzuschauen, was wir so als EVP-Fraktion tun, was wir Abgeordnete für die Bürgerinnen und Bürger tun und welche Themenschwerpunkte wir hier im Europäischen Parlament setzen. Viel Freude und Spaß Ihnen! Die EVP-Fraktion. Was und wer wir sind. Was ist die EVP-Fraktion? Unsere Fraktion vereint die Parteien der Rechten, Mitte und der Konservativen. Bei den vergangenen fünf Europawahlen war die EVP-Fraktion, Europäische Volkspartei, die führende politische Kraft im Europäischen Parlament. Die Europawahlen finden alle fünf Jahre statt. Sie entscheiden, wer sie vertritt. Die letzten Europawahlen fanden im Mai 2019 statt. Und die EVP-Fraktion hat 177 Mitglieder, die in 27 europäischen Ländern gewählt wurden. Die EVP-Fraktion ist die größte der sieben Fraktionen im Europäischen Parlament und stellt die einzige Fraktion dar, der Abgeordnete aus allen 27 Mitgliedstaaten angehören. Die gewählten Abgeordneten vertreten fast eine halbe Milliarde Menschen, 445 Millionen in 27 Ländern. Sie sind unterschiedlichster Herkunft, vertreten aber dieselbe politische Ideologie. Wie alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, MDIP, werden auch die Mitglieder der EVP-Fraktion von den Wählern ihres Mitgliedstaates auf lokaler Ebene oder in einigen Ländern über ein Listensystem gewählt, um die Interessen der lokalen Bevölkerung in legislativen und politischen Fragen auf europäischem Niveau zu vertreten. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind nach politischer Zugehörigkeit und nicht nach Ländern organisiert und dürfen nur einer Fraktion angehören. Was sind unsere Aufgaben? Für das Wohl aller Europäer zu arbeiten, um ein anspruchsvolleres und selbstbewussteres Europa aufzubauen, in dem alle die gleichen Chancen auf Erfolg haben. Verteidigung eines geeinten Europas, das die Souveränität respektiert und zwar ohne Widersprüche zwischen europäischen, nationalen und lokalen Identitäten. Die Menschen in den Mittelpunkt des europäischen Projekts zu stellen und die europäische Demokratie und die Rechenschaftspflicht ihrer Institutionen zu stärken. Unsere Werte, unsere europäische Lebensart zu verteidigen und zu schützen, indem wir für ein geeintes Europa eintreten, das auf den Werten der Menschenwürde, der Freiheit, der Solidarität, der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit beruht. Das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, indem wir Transparenzregeln stärken und die Sicherheit in ganz Europa verbessern. Europa dabei zu unterstützen, seine Sicherheit sowohl online als auch offline zu stärken und sich hin zu einer Verteidigungsunion zu entwickeln. Unsere wichtigsten Prioritäten sind, eine Wirtschaft aufzubauen, die für die Menschen arbeitet, gerechte Steuern und Arbeitsplätze zu schaffen, die Krise bezüglich Jugendarbeitslosigkeit nach der Pandemie anzugehen, zu verhindern, dass eine verlorene Generation junger Europäerinnen und Europäer entsteht, Nachhaltigkeit zu verbessern, grüne Energie zu fördern und gefährdete Gruppen, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind, zu schützen. Den europäischen Green Deal zu unterstützen, um unsere Verpflichtungen zum Klimawandel zu erfüllen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die Verschmutzung unserer Ozeane zu bekämpfen und das Verbot von Einwegplastikprodukten zu unterstützen. Wir glauben, dass eine Klimastrategie und eine Industriestrategie immer Hand in Hand gehen sollten. Europa auf das digitale Zeitalter vorzubereiten, die europäische Forschung und Entwicklung in den Bereichen KI und Digitalisierung zu unterstützen, nach einem Heilmittel gegen Krebs und anderen Erkrankungen zu suchen, EU-Ressourcen zu bündeln und unsere gemeinsamen Kenntnisse zu optimieren, echten Flüchtlingen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, zu helfen, sowie das Migrationsproblem zu bewältigen und zugleich unsere Grenzen zu schützen. Zu erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa über die Konferenz zur Zukunft Europas mitreden können, indem sie in den demokratischen Prozess mit einbezogen werden, damit eine gute Zukunft für Europa aufgebaut und garantiert werden kann. Unsere europäische Lebensart zu fördern, indem wir unsere Bürgerinnen und Bürger sowie deren Werte schützen. Wir möchten eine Union der Gleichheit, Toleranz und sozialen Gerechtigkeit schaffen, die auf Rechtsstaatlichkeit gegründet ist. Eine Rechtsstaatlichkeit, die fundamentale Rechte und Werte garantiert, die Anwendung des Unionsrechtes ermöglicht und ein investitionsfreundliches Geschäftsumfeld fördert. Wie setzen wir das um? Es beginnt damit, dass die Europäische Kommission auf der Grundlage von Anträgen von Bürgerinitiativen, das sind Sie, dem Europäischen Parlament, das sind Sie, den Mitgliedstaaten und das sind auch Sie, sowie der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Investitionsbank Rechtsvorschriften vorschlägt. Das Europäische Parlament hat auch das Recht, Initiativberichte zu erstellen. Es ist kein einfacher Prozess, aber das Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Stimmen und Meinungen gehört werden, bevor Gesetze verabschiedet werden, die dann in der gesamten Europäischen Union durchgesetzt werden. Darüber hinaus ist es ein Prozess, in dem wir als größte Kraft im Europäischen Parlament eine Schlüsselrolle spielen, denn wir vertreten und verteidigen die Interessen der europäischen Bürger. Wo findet dies statt? Wir haben zwei Arbeitsorte. Brüssel für die Ausschussarbeit, Ausarbeitung von Berichten und Erlass von Gesetzen und Straßburg für die Gesetzgebungsarbeit, Verabschiedung von Gesetzen, die das Leben der europäischen Bürger betreffen. Es ist nicht leicht, diese gesetzgeberischen Entscheidungen zu treffen. Wir beraten uns mit anderen politischen Kräften und prüfen Änderungsvorschläge. Es geht um Konsensbildung. Sobald die EVP-Fraktion und die anderen Fraktionen dem Gesetzesentwurf zugestimmt haben, wird er im Plenum erörtert und zur Abstimmung gestellt, um schließlich ein Gesetz zu werden, das in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird und sich auf ihr tägliches Leben auswirkt. Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Film gezeigt hat, welche Rolle die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament spielt und wie sich unsere Arbeit auf Sie und Ihr Leben auswirkt. Wenn Sie sich näher darüber informieren möchten, wie Ihr lokaler EVP-Abgeordneter im Europäischen Parlament für Sie arbeitet, können Sie ihn gerne kontaktieren. Die entsprechenden Kontaktdaten erscheinen jetzt auf dem Bildschirm. Die Vielen Dank.